Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Tutorial. Heute werdet ihr lernen, wie ihr eine Checkliste in Google Docs erstellt. Erstellt ihr gerne Listen um produktiv zu sein, dann macht daraus auch gleich eine Checkliste. Mit dieser könnt ihr erledigte Aufgaben gleich abhaken und behaltet so die Übersicht. Öffnet als erstes ein Google Doc und erstellt eine normale Liste. Markiert jetzt eure Liste und wählt dann hier oben die Checkliste aus. Alternativ könnt ihr auch nach dem Markieren STRG plus Umschalt plus 9 drücken. Ihr könnt jetzt jeweils in das Kästchen klicken um eine Aufgabe abzuhaken. Die erledigte Aufgabe wird dann auch durchgestrichen. Jetzt steht eurer Produktivität nichts mehr im Wege. Über welche Google Docs Funktionen möchtet ihr mehr erfahren? Wenn euch dieses Video gefallen hat, nehmt euch kurz Zeit um es zu liken und den Kanal zu abonnieren. Klickt auf die Glocke damit ihr kein Video verpasst. Vielen Dankeschön. 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 Dankeschön.